Hey ho, hier ist Anja und es ist mal wieder soweit. Ich habe eine weitere echt passiert Geschichte gefunden, die... Also, ich habe es noch nicht angeguckt, ja, aber auf dem Titel ist ein Mädchen mit so einem Elefantenrüssel und ich war so, weißt du was, da kriege ich drauf. Mittlerweile ist es auch so eine Sache von... Ich weiß, die Sachen sind fake, ja, das ist mir klar, weil manche von euch in die Kommentare geschrieben haben, ja, du weißt schon, dass das fake ist. Ja, ja, das ist mir schon klar, ich bin ja nicht blöd. Aber es ist trotzdem irgendwie echt witzig, sich anzugucken und ich bin nicht erschönt, wir gucken uns das weiter an und ich hoffe, ihr guckt weiter mit. Der Titel von dieser Folge ist Meine Mutter macht sich über mich lustig. Ihr Grund hat mich schockiert. Falls ihr die letzte Folge von Ich passiert, by the way, noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die wie immer hier oben beim i, dann könnt ihr euch die angucken, ansonsten ist die bestimmt auch noch meine Endcard und dann fangen wir an mit dem Video. Hi, ich bin Rosi und ich habe eine Spürnase. Damit habe ich das Geheimnis meiner Mutter gelüftet und meine Familie verändert. Ich dachte, sie meint einfach ihre große Nase. Aber es ist wie wenn ich sage, ich setze meine Denkerkappe auf, dann hat sie ihre Spürnase. I see, okay. Okay. Hi, Rosi. Okay. Ah ja, okay, jetzt kommt es raus. Jetzt ist die Nase auf einmal ziemlich groß. I don't say. Ich bin nicht echt dafür geschämt. Okay. Eigentlich eher, weil meine Mutter ständig etwas über sie gesagt hat. Rosi, du solltest dir eine Frisur schneiden lassen, die deine Nase bedeckt. Straight up savage. Die Mutter, ihre eigene Tochter, Trash-Talk. So, Rosi, leider bist du echt hässlich. Wie wär's? Länge Haare, großer Pony vorne? Wäre das eine Idee für dich? So schön? Oder heute sieht deine Nase besonders groß aus. Natürlich hat sie auch allgemein viel über mein Äußeres hergezogen, aber meine Nase war ihr lieb. Sie ist über deine Nase hergezogen, ja? Sie ist deutschsprachig. Lieblingsthema. Das Schlimmste daran war, dass meine Mutter verdammt hübsch ist. Sie könnte auf dem Cover der Cosmopolitan sein. Typische Geste. Ich habe mich nie gegen sie gewehrt, aber immer wenn sie sich über mich lustig machte, Darf ich kurz mal anmerken, wie enthusiastisch dieser Hund ihr die ganze Zeit hinterher rülpt und die ganze Zeit so ist, so mit seinem Schwanz wackelt. Super cute. Ein Zimmer und habe irgendetwas zerstört. Meine Kleider zerrissen oder einen Stift zerbrochen oder so. Warte, was? Ich habe angefangen, Photoshop und verschiedene Apps zu benutzen, um meine Nase auf Fotos kleiner aussehen zu lassen, bevor ich sie auf Instagram poste. Zuvor habe ich noch nie was online gepostet. 500 Anhänger, aber mit drei Fotos. Rosi läuft bei dir. Die Leute haben echt positiv reagiert und mir Komplimente gegeben. Ich wusste, das bin nicht wirklich ich, aber es hat sich trotzdem gut angefühlt. Sogar ein Junge aus einer anderen Schule, Tyler, fing an mit mir zu schreiben und ich mochte ihn wirklich gern. Uh, Tyler und Rosi. Er mochte mich auch und wir hatten ein Date. Ich war nervös, weil er meine echte Nase sehen würde. Okay, das, wisst ihr was? Wenn jetzt sie in der aktuellen Zeit leben würde, gar kein Problem. Okay, Gesichtsmaske, die Sache läuft. Er merkt es erst nach einigen Monaten und dann ist es ihm hoffentlich egal. Hm, das Date war ziemlich unangenehm. Und am Ende sagte Tyler, du siehst anders aus als auf deinen Fotos. Uh, ouch. Das muss wehtun. Das ist unangenehm, sowas. Oh no, I'm so sorry. Das ist, okay, mittlerweile, also, hm, das tut einem leid. Ich meine, bis dahin kann die Geschichte ja wirklich so passiert sein. Das ist jetzt ja noch nicht so an den Haaren herbeigezogen. Das ist einfach nur sad. I'm so sorry. Das hat mich getroffen. Und ich sagte Dinge wie, wenn du mich nicht wiedersehen willst, sag es einfach und verschwende nicht meine Zeit. Ich meine, hier muss man jetzt auch nicht eine kleine Bi sein, ne? Kann man auch einfach sagen, hey, ja, ich weiß, ich hab hier ne Situation im Gesicht, zentral, aber, ähm, die hab ich kleiner gemacht, Fotos. Aber, hey, kein Ding, Mann. Ich verstehe, wenn du nicht gekettfischt werden möchtest. Das ist fair nach. Tyler war schockiert und meinte, also, ich mag dich wirklich mehr als auf deinen Fotos. Du siehst echter aus, aber wenn du so unhöflich bist, will ich dich nicht nochmal treffen. Ja, Rosi, selber schuld. Ich hab mich sofort entschuldigt und versprochen, dass ich sowas nie wieder sagen würde. Dadurch hab ich realisiert, dass meine Nase eigentlich okay ist. und ich sie nur wegen meiner Mutter hässlich finde. Also hab ich ein paar Bilder ohne Photoshop gepostet. Ich hatte echt Schiss. Aber es hat sich nichts verändert. Die Leute haben nach wie vor positiv darauf reagiert. Ich hab ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen. Okay. Meine Mutter hat das schnell gemerkt und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Was für ne miese Mutter. Sie ist einfach nur so, ja, meine Tochter, ich muss sie fertig machen. Ihre Nase, okay, ihre Nase ist groß, da fangen wir an. Und dann, ah, okay, die Nase stört sie nicht mehr. Ihre pinken Haare, Mann, die müssen ab. Als nächstes, ich sag's euch, das kommt. Sie hat mich nur noch mehr fertig gemacht. Davor hab ich ja immer was in meinem Zimmer kaputt gemacht, aber dieses Mal hab ich laut zurückgeschossen. Sorry, dass ich nicht so perfekt bin wie du. Lass mich mein Leben leben und hör auf, mit mir zu sprechen. Hör auf, mit mir zu sprechen. Oh, Rosi, der hast du's gezeigt. Meine Mutter hat das voll aufgeregt. Ich glaube, sie wollte weinen, aber sie wollte's nicht zeigen. Dann war Funkstelle. Sogar mein Vater hat das bemerkt und Tastopulat. Der Vater kommt casually reingeslidet auf seinem Stuhl. Jo. ...dich den ganzen Tag arbeitet. Er hat sich mit mir hingesetzt und mir alte Fotos von meiner Mutter gezeigt. Ich war geschockt, denn... Okay. Sie hatte eine große Nase und hat sie operieren lassen? Wer hätte das gedacht? Ist ja nicht so, als ob sich sowas vererbt. Sie hatte auch mal eine große Nase und ihr Gesicht sah so anders aus. Sie sah aus wie ich. Mein Vater... Nicht untypisch, ne? Wenn's deine Mutter ist, dann hat man für gewöhnlich einige Ähnlichkeiten. ...der Vater erklärte mir, dass meine Mutter sehr auf ihr Äußeres achtet und mehrere Schönheits-OPs hatte, damit sie so aussehen konnte, wie sie wollte. Das war echt schräg. Aber ich hab jetzt verstanden, dass meine Mutter in Wirklichkeit sehr unsicher ist. Zuerst hat mich das gefreut, aber... Dann sagte mir mein Vater, dass ihre Mutter sie genauso behandelte, wie sie mich. Und dass sie und mein... Die Eingländer... Die... Die Tadeos Eingländer... Für die Nase... Okay, ferne. ...die Vater sich deswegen oft gestritten haben. Meine Mutter tat mir echt leid. Deshalb kam Oma also nur einmal im Jahr zu uns. Meine Mutter und ich fingen an, mehr miteinander zu sprechen. Und ich fragte sie über ihre Schönheits-OPs und wie sie sich jetzt damit fühlen würde. Zuerst hat sie blockiert, aber nach und nach öffnete sie sich. Okay. Irgendwann hörte sie sogar auf, schlecht über meine Nase zu reden. Letztendlich... Das ist fair enough, so far. Also das ist... Okay. Eigentlich konnte sie sich immer noch nicht im Spiegel angucken, ohne zu weinen. Ich muss schon sagen, dass es viel leichter geworden ist, mit meiner Mutter zu reden. Bis uns ihre Mutter besuchte. Eigentlich kommt sie nur einmal im Jahr für eine Woche oder so. Ich hab das davor noch nie bemerkt, aber ihre Mutter hat sie für jede kleine Lappalie kritisiert oder ständig etwas über ihr Äußeres gesagt. Sie war gut darin, so unterschwellige Kommentare zu machen, die man nur versteht, wenn man richtig hinhört. Aber das tat ich. Oh oh. Währenddessen fing auch meine Mutter an, wieder fiese Sachen über mich zu sagen. Das hat sie nicht immer mitgekriegt. Der Pfand, Schweinchen, der Schweinchen wird vom Hund gejagt. Man kennt der Klassiker. Vater blieb auch länger auf der Arbeit, um Oma aus dem Weg zu gehen. Warum ladet ihr sie denn überhaupt so lange ein? Also wenn der Vater jetzt mehrere Tage gefühlt auf der Arbeit länger bleiben muss, das ist doch mehr so ein... Hey, dann kommt die Oma für ein, zwei Tage vorbei und dann hat sich das wieder, oder nicht? ... in ein nobles Restaurant essen. Und Mann, das war nervig. Meine Eltern konnten nicht ein Wort sagen, weil Oma sich ständig beschwert hat. Ihr schmeckte das Essen nicht, die Bedienung war zu lahm und natürlich fand sie das Kleid meiner Mutter hässlich. Uff. Und wenn es um meine Mutter ging, konnte sie ewig nicht aufhören. Das war allen irgendwann sehr unangenehm. Aber mir war das nicht nur unangenehm, ich wurde richtig wütend. Okay, so sieht sie auch aus mit ihren Augenbrauen. Guckt sie euch an, sie ist voller Wut und voller Hass. Ich hab mich genauso gefühlt, wie wenn sich meine Mutter über meine Nase beschwerte und ich Dinge kaputt machte. Und jeder weiß, wenn du wütend bist, dann wird erst mal dreimal auf den Boden gestampft und dann geht's los. Ja, das hab ich zehnmal auch gemacht. Weil mein Vater hat mir gesagt, ich sehe das wie ein kleiner Stier. Pro-Tipp. Also, hab ich etwas echt Komisches gemacht. Ich hab die Nudeln von meinem Teller genommen und sie Oma ins Gesicht geworfen. Ähm, du hättest auch was sagen können. So eine Konfrontation, sowas wie Oma. Mach sowas nicht, das ist nicht nett. Aber die Nudeln ist auch eine gute Option. Also ich weiß jetzt nicht, welches von beiden ich besser finde. Nudeln oder reden wie ein normaler Mensch. Aber ich glaube, ich tendiere zu den Nudeln. Ja, ja, ist schon richtig. Ich hab nicht nachgedacht. Ich war einfach wütend und hab's getan. Aha. Oma saß nur da und hat ihren Hund kaum. Meine Mutter hat mich zurechtgewiesen und sagte, dass das unter aller Sauber, was ich gerade gemacht hab. Vater konnte sein Lächeln kaum verstecken. Ach, er hatte den großen Bart, das sollte gehen. Jeder im Restaurant hat uns angestarrt. Und ich war einfach nur schockiert von mir selbst und wusste nicht, warum ich das getan hab. Oma fing sofort an, so Sachen zu sagen wie Natürlich benimmt sie sich jetzt wie ein kleines, verzogenes Kind. Schließlich bist du ja ihre Mutter. Ich will gehen. Jetzt. Ich will gehen, bitte. Danke. Ich hab Nudeln auf dem Topf. Meine Mutter wusste nicht, was sie sagen soll. Also antwortete mein Vater, der immer noch mit dem Lächeln zu kämpfen hatte. Lass uns kein Theater machen und aufessen. Ist doch nur ein kleiner Fleck. Kleiner Fleck. Ich schrie meine Mutter an. Entweder wir gehen jetzt, oder ich komme euch nie wieder besuchen. Oh nein. Meine Mutter schaute meinen Vater und mich an und sagte ihr Ich hab noch Hunger, Mutter. Oma konnte es nicht fassen. So sieht die Oma eigentlich so komisch aus. Also warum hören ihre Augen nicht auf, wo normale Augen aufhören, sondern gehen wie so Froschaugen aus dem Kopf oben raus. I don't get it. Wieso würdest du das machen? Ich kann es gar nicht lassen. Einfach immer wieder. Ach, na toll. Oma besuchte uns natürlich trotzdem noch. Sie hatte nur geblöfft. Sie brauchte uns mehr als wir sie. Meine Mutter sagt manchmal noch was gegen meine Kleiderwahl, aber seitdem... Ja, okay, aber mit Recht. Also muss man der Mutter jetzt ganz ehrlich... Also was ist denn das? Braun? Die hässlichste Farbe der Welt? Braun? Wenn das jetzt noch eine Korthose ist, dann will ich gar nicht... Meine zu große Nase erwähnt. Wir reden mittlerweile viel mehr und ich bin nach all dem ein bisschen gelassener geworden. Und letztens habe ich Tyler nach Hause eingeladen. Meine Eltern mochten ihn. Meine Oma natürlich nicht so, aber... Warum ist die Oma denn überhaupt da gewesen? Also würdest du den Jungen, auf dem du stehst und mit dem du am Anfang schon so einen ungesicheren Start hast, warum würdest du den einladen, an dem einen Tag im Jahr, wo deine Judgmental Oma da ist? Wen interessiert das schon? Das war die Geschichte von mir und meiner großen Nase. Okay, Geschichte, 3 von 10, Hunde-Animation, 10 von 10. Ich würde sagen, die hat mich ganz schön über die Story gerettet, falls euch das Video gefallen hat. Und ihr möchtet, dass ich mehr davon mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls ihr Vorschläge habt, also falls ihr irgendeine krasse Geschichte gesehen habt, dann könnt ihr mir die auch gerne vom Titel her schreiben. Dann kann ich gucken, ob das was ist und dann können wir die vielleicht machen. Und ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao! Tschüss! Tschüss! constit